Wir haben uns noch nicht alle gegrüßt hier, deswegen muss ich das zwischendurch mal tun. Ja, was wir hier erlebt haben und wir haben gerade eine wunderschöne Reise beendet. Ich habe 350 Hände geschüttelt, fahre nach Hause gehen und ich habe tatsächlich einen negativen Kommentar gehört. Und das ist natürlich Balsam für die Seele sozusagen. Wir haben eine traumhafte Ostseereise gehabt und ich habe das gestern schon versucht zu sagen. Also die Karibik oder auch das Mittelmeer kann nicht schöner sein, blauer Himmel und natürlich jede Menge Geschichte, Kultur. Und der Ostseeraum ist einfach ein weitgehend unterschätzter Kultur- und Handelsraum. Und ganz besonders, wenn man da eine maßgeschneiderte Reisehute machen kann, ein maßgeschneidertes Programm an Bord machen kann und eben nicht von der Stange arbeitet, dann ist es immer ein besonderes Ergebnis. Und jede Reise schreibt eigentlich eine eigene Geschichte. Und das ist eigentlich auch für uns so die Verpflichtung, das Motto, dass man eben...